Hallo, ich bin Clariel. Hallo, ich bin Elisa. Und heute passiert eine ganz spannende Geschichte. Und zwar ist mein Frohlein weggelaufen. Und warum es weggelaufen ist und ob wir es wiederfinden können, das zeige ich euch jetzt. Es war einmal eine riesige Pferdeherde mit richtig süßen kleinen Fohlen. Und an einem Tag wollten wir mal zwei Fohlen spielen. Schäcki, wollen wir spielen? Ja! Okay, komm! Ein Bettrass. Eins, zwei, drei. Das ist anstrengend. Ich trinke was. Ich auch. Und plötzlich kam ein riesiger Drache. Vom Himmel gestürzt. Hilfe! Hilfe! Hab dich! Hilfe, Mami! Er flog weit weg in die Dunkelheit. Hilfe! Mami, Papi! Ich freue mich schon auf diesen kleinen leckeren Leckerbissen. Ich habe Angst, Mami, Papi! Oh, die müssen immer gleich noch Hilfe rufen. Nein, mit mir nicht. Nein! Mami! Papi! Ja, was ist denn, Kindchen? Die Freundin ist weg und ein Drache hat sie geschnappt. Oh nein! Wir müssen sofort den Eltern Bescheid sagen. Was ist denn los? Dein Sohn ist entfügt von einem Drachen. Und der Drache will ihn auffressen. Oh nein! Wir müssen sofort dem großen Einhorn Bescheid sagen. Ja! Und du, Kindchen, bleibst hier. Ja, Mami? Los, los! Warte, ich sage erst mal meiner Frau Bescheid. Okay. Was ist denn los, Schatz? Unser Sohn wurde entführt. Oh nein! Wir müssen ihm sofort helfen. Nein, du bleibst hier. Ich will dich auch nicht verlieren. Aber, aber, ich mache mir so große Sorgen. Das schaffe ich schon. Okay. Ich passe dann auf die anderen auf. Ja, gut. Cinderella, wir müssen den Computer finden. Oh, ja! Die Kinder haben ihn. Oh. Ja, komm! Ja! Äh, Kinder? Dürfen wir den Computer ausbenutzen? Wir brauchen ihn. Nein. Ich bin gerade so schön weit beim Level. Oh, bitte, Kinder. Na gut, wozu braucht ihr den? Wir müssen das große Einhorn anrufen. Hä? Okay. Ich glaube, dann ist es wichtig. Ja, es ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Okay, hier, nehmt ihn mit. Hier. Danke. Los. Hier. Ihr könnt mir ungestört mal mit ihm telefonieren. Okay. Mach den Computer auf. Ich tippe. Okay. Mal sehen. Nee, wir haben hier keinen Empfang. Wir müssen irgendwas anderes tun. Ach. Wir müssen auf den Berg klettern. Okay. Wir haben keine andere Wahl. Und wenn, äh, den von Jutta? Den nehmen wir mit. Gut. Endlich sind wir hier. Ja. Na. Jetzt aber. Ja. Wir haben Empfang. Hallo. Hier ist die Box vom mächtigen Einhorn. Bitte tippen Sie auf das Plus, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen. Ja, ja. Hallo. Mächtiges Einhorn. Wir brauchen deine Hilfe. Ja. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Geh ran. Hallo, ihr Pferde. Ich bin gerade mit meiner Frau auf der Weltreise. Also, ich habe keine Zeit für irgendwas. Aber, ein Küsschen. Tschüss. Oh, nein. Warte, mächtiges Einhorn. Warte, warte, warte. Warte, wir wollen nicht. Oh, nein. Er hat abgelegt. Mann. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich kann doch nicht wahr sein, dieses mächtige Einhorn muss mal rangehen. Kling, kling, kling. Oh, oh, eine Nachricht vom mächtigen Einhorn. Vielleicht will er uns doch helfen. Hallo, ich bin das mächtige Einhorn und ich brauche auch mal Urlaub. Versteht ihr das nicht? Aber was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich weiß nicht. Nochmal anrufen? Mann, oh Mann. Nein, er hat doch abgesagt. Und wir sind den ganzen Berg umsonst hochgelaufen. Ja, dann müssen wir jetzt weitergehen. Trotzdem, ich werde meinen Sohn befreien. Was tun wir jetzt nur? Ich weiß nicht. Mein Sohn kann überall sein. Und er kann nicht so ein großes Tier besiegen. Da ist er lang gelaufen. Wir müssen jemanden zur Hilfe holen. Ja. Aber wen? Ich weiß nicht. Vielleicht das große Einhornhorn. Das Einhornhorn ist weg. Oh. Ich habe eine Idee. Wir holen einfach Hilfe. Okay. 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 Los. Hey Mami, was ist denn? Wieso sollten wir denn hier hin? Was ist denn hier los? Wieso sollten wir alle gerufen werden? Meine Pferderinnen und Pferde. Wir müssen ihnen was ganz fürchterliches mitteilen. Ja. Mein Sohn wurde von einem riesigen Drachen entführt. Ja. Und er wollte sich essen. Das ist jetzt schrecklich. Ähm. Aber was hat das mit uns zu tun? Wer will uns helfen? Der geht zu uns. Und wer uns nicht helfen will, der geht weg. Ich habe mich entschieden. Ich gehe mit euch. Für meinen Sohn tue ich alles. Oh. Ich mache da mit. Ja. Ich auch. Ich will auch mitmachen. Das kannst du leider nicht. Doch. Ich bin schnell, schnell, schnell. Bitte lass mich. Okay. Ich bleibe hier mit meiner Mama. Ja. Für uns ist das nichts. Okay. Wir sind. Bereit. Wir sind bereit. Wir müssen nur noch einen Kern schmieden. Und ich weiß auch schon welchen. Du, Kleiner. Ja. Du hast die erste Ablenkungsmanöver. Okay. Wir gehen los. Ja. Los geht's. Willst du mitkommen? Ja. Passt auf euch auf. Ja. Tschüss. Juhu. Das ist angst. Wir müssen uns beeilen. Da hinten. Ja. Ein regissiger Flügel. Das müssen wir aufhalten. Guck mal. Da. Du süßer Kleiner. Dich werde ich schnappen und dann. Noch ein Fohlen. Und noch was. Lecker. Mami. Ich brauche Hilfe. Nein. Ich habe Angst. Ich habe so Hunger. Ich habe dich. Du wirst auch gut schmecken. Oh nein. Hilfe. Herein mit dir. Das ist ja jetzt auch gleich. Oh nein. Wir müssen ihn sofort retten. Und meinen Sohn auch. Ich weiß auch schon wie. Ich gehe schon mal los. Okay. Ich gehe auch. Los geht's. Hallo. Du Riesenpappnase. Hä? Was macht ihr denn hier? Ähm. Nur einmal Hallo sagen. Aha. Ach so. Ihr seid wegen den Fohlen hier. Aber ihr seid als nächstes dran. Nein, nein. Wir wollten nur sprechen mit ihr. Alles ist gut. Ja. Ja. Alles ist gut. Los. Jetzt müssen wir ihn befreien. Komm Kinder. Los. Ich habe Angst. Du brauchst keine Angst haben. Okay. Gut. Leise. Ja. Papi ist da. Der wird euch auch weggenommen. Nein. Der kennt schon. Okay. Gut. Ich habe die Kinder gefreit. Aber jetzt müssen die beiden wieder rauskommen. Mein Papi. Also ihr wollt so einen Handel aufgehen. Ihr kriegt die Fohlen und kriege ich euch. Genau. Genau. Okay. Ich hole die Fohlen. Ah. Schnell weg. Schnell weg. Was soll das? Wo sind meine Fohlen? Ich habe die Kinder gefreit. Ich habe die Kinder gefreit. Los schnell. Wir müssen weg. Komm. Juhu. Endlich wieder zu Hause. Ja. Ich habe euch so lieb, Mami und Papi. Ich habe dich auch lieb. Das war die Geschichte. Mein Fohlen ist weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.